Ich möchte auch nicht auf das Äußere reduziert werden, also auf das Kopftuch. Das ist sowas von egal, welche Religion ich ausübe. Letztendlich ist mir mein Sport wichtig. Mein nächstes Ziel im Boxen ist, dass die Wettkampfbestimmungen international geändert werden, damit ich und auch alle anderen Frauen auf der ganzen Welt boxen dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020